Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir und in diesem Video soll es mal wieder um kostenlose Items in Fortnite gehen. Ich weiß Leute, mittlerweile denkt ihr eh, das ist alles Scam, aber es ist kein Scam, also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, dann zeige ich euch, wie ihr drei Items kostenlos in Fortnite bekommen könnt. Also, wie gesagt, bis zum Ende dranbleiben, um nichts zu verpassen. Bis dahin natürlich nochmal ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren und meinen Creator-Code Meta-8 im Gegensatzjob eingeben. Und was mir so letztens eingefallen ist, oder aufgefallen ist, Leute, mehr als 60% meiner Zuschauer sind keine Abonnenten. Sie kriegen meine Videos vorgeschlagen, haben aber nicht auf den Abo-Button gedrückt. Bruder, warum nicht? Es ist komplett kostenlos und ihr seid immer auf dem neuesten Stand, also gönnt einfach mal. Dann würde ich jetzt aber sagen, fangen wir direkt an mit dem heutigen Video, denn es soll um kostenlose Items in Fortnite gehen. Zwei von den Items hat man tatsächlich sogar schon in den Gamefights und einige von euch haben diese Sachen sogar schon. Aber ein Skin, der noch gar nicht draußen ist, zwar geleakt wurde, aber noch nicht sozusagen in den Shop kamen, den könnt ihr jetzt schon viel, viel früher bekommen. Wie das Ganze funktioniert, das erkläre ich euch jetzt. Denn in Japan startet jetzt ein neues Turnier auf der Nintendo Switch. Ihr wisst ja, Nintendo ist in Japan auf jeden Fall sehr, sehr weit verbreitet. In Deutschland zwar auch, aber die meisten bei uns spielen dann doch eher auf der Playstation oder auf dem PC oder sonstige Konsolen. Und die Switch ist jetzt nicht so krass in Fortnite vertreten. In Japan ist das ganz anders, da spielen sehr, sehr viele Leute auf der Switch. Und deswegen dachte sich Fortnite oder Epic Games, ja, wir starten einfach mal einen Switch Cup in Japan. Ja, der startet tatsächlich heute am 1. oder zumindest jetzt, wenn ihr dieses Video seht, sollte der jetzt gestartet sein. Und am 2. findet der ebenfalls statt, bis hin zum 3. Und das ist auf jeden Fall richtig, richtig geil, feiere ich absolut. Und ihr müsst da einfach so viele wie möglich gewinnen. Denn, ja, es gibt verschiedene Belohnungen dafür. Und zwar braucht man insgesamt, ich lese euch das jetzt natürlich nochmal vor, das Ganze wurde nämlich von dem Leaker Fire Monkey geleakt. Er schreibt, the rewards are the Cap Llama Spray. Das Spray oder diesen Spray kennen wir ja noch von der E3, glaube ich, oder von irgendeinem Turnier war das. Da, oder ich glaube Gamescom, irgendeine Veranstaltung war das, da konnte man nur dieses Spray bekommen. Und dieses Spray kann man als Belohnung bekommen, wenn man 5 Punkte in dem Turnier erreicht. Das ist das kleinste, oder die kleinste Belohnung. Dann bei 10 Punkten kriegen wir die Tentakel-Spitzhacke. Die blende ich euch jetzt nochmal im Hintergrund ein. War schon des Öfteren im Shop, also ist jetzt nichts komplett Neues oder irgendwie Seltenes oder so. War schon im Shop und die könnt ihr tatsächlich gewinnen, wenn ihr 10 Punkte erreicht. Und das absolute Highlight in diesem Video ist, wenn ihr 20 Punkte erreicht, und ich denke nicht, dass es so einfacher sein wird, dann könnt ihr einen Skin gewinnen, der noch gar nicht im Shop gewesen ist, oder im Spiel gewesen ist. Und zwar den Dark Rex Skin, oder zumindest die weibliche Variante, die Tricera Ops, oder Dark Tricera Ops Outfit. Das könnt ihr gewinnen, das blende ich euch jetzt nochmal im Hintergrund ein. Das wird nämlich als Bundle erscheinen, als Dark Fire Bundle, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder als allgemeines Bundle. Und wie gesagt, es ist noch gar nicht im Shop gewesen, oder irgendwie kaufbar. Deswegen könnt ihr das Ganze kostenlos gewinnen. Wie ihr daran teilnehmen könnt, ist ganz einfach. Ihr müsst eure Switch einfach auf Japan einstellen, und euer Epic Games Account ebenfalls. Wie das geht, könnt ihr im Internet auf jeden Fall nachschauen. Da gibt es genug Tutorials. Das brauche ich euch jetzt nicht nochmal erklären, denn ich selbst habe ja auch gar keine Nintendo Switch. Aber für die Leute, die auf der Nintendo Switch sind, nutzt diese Möglichkeit. Versucht es auf jeden Fall, und gönnt euch diese kostenlosen Items. Ich kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen. Also, wie gesagt, checkt es auf jeden Fall aus. Und wenn ich euch weiterhelfen konnte, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Natürlich auch ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren, und meinen Creator Code, Meta-8, im Gegensatzjob eingeben. Was natürlich absolut irre wäre. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Ciao und tschüss, und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in dem nächsten Mal.